Untertitelung des ZDF, 2020 Siggi, du bist voll aufgedreht. Wenn ich dich noch lauter mache, kriege ich die Rückkopplung von den Kopfhörern aufs Mikro. Sind wir jetzt hier zum Rumquatschen? Come on, people, let's make music. Wärme unser Klima und die Tiere sterben aus. Das ist wirklich nicht so prima. Misch dich ein. Halt dich nicht raus. Misch dich ein. Misch dich ein und halt dich nicht raus. Ich sag nur, Echo. Siggi, die Richtung stimmt irgendwie, aber am Text müssen wir echt noch ein bisschen arbeiten. Der Text ist perfekt. Das wird ein Lied für die ganze Welt, für Planet Earth. So we are the world. Wir holen uns einen Kinderchor. Ich hab Gänsehaut, du. Ich auch, Siggi. Ich auch. Dieser Reim, Klima, prima. Bisschen albern, findest du nicht auch? Was soll denn an der Klimaerwärmung albern sein? Nichts. Wie wär's, wenn du sie einfach ganz rauslässt? Rauslassen? Die Wahrheit verschweigen? Hallo, Alex! Die gesamte Menschheit kämpft ums Überleben! Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Fucking Bob Dylan, oder was? Wir machen hier Unterhaltung. Das ist ein einfacher Job. Also verschone mich bitte mit dem Überleben der Menschheit. Ich kann diesen Mist nicht mehr hören. Für dich mag das Business sein. Für mich ist das eine Herzenssache. Ich nehm die Klimaerwärmung sehr ernst. Ich war Fahrrad. Ja, weil sie dir den Führerschein abgenommen haben, du Saufnase. Ich muss mir das nicht länger anhören. Du bist schließlich nicht der einzige Produzent, der mit mir arbeiten will. Oh, fuck! Wo ist hier die Tür? Komm, mit Brot schmeckt's besser. Nein. Das ist ein Ring. Ja. Was? Machst du mir einen Antrag? Sieht so aus. Während ich in der Klapse bin? Nein. Ich mach dir jetzt einen Heiratsantrag. Ist doch ganz egal, wo du bist. Ja, ich weiß nicht. Jeder Mensch tut anderen Menschen weh. Das ist das menschliche Schicksal. Ach, komm schon. Lass dir von denen nicht einreden, dass mit dir was nicht stimmt. Dir geht es bestens. Was guckst du denn so? Und ergeben, die nicht veröffentlicht wurden. Wir Spieler bedeuten, dass er bleibt. Immerhin sind wir Erster in der Liga und haben aus zwei Champions League Spielen drei Punkte geholt. Wir haben noch alle Chancen. Nein. Aber wir haben noch nicht über die Grüße. Vielen Dank.